Herzlich Willkommen, du wunderbarer Mensch! Ich freue mich, dass du hier bist und vielleicht auch gleich mitmachst bei dem Heil-Channeling Verabschiede dich von dem Mangeldenken. Mein Name ist Raya, ich bin anerkannte geistige Heilerin, Bewusstseinscoaching und Channel-Medium. Und diese ganz spezielle Form der Heil-Channelings hat die geistige Welt mir vor einigen Jahren durchgegeben, denn sie möchte uns unterstützen, dass wir alte Energien und Erfahrungen transformieren, die uns bisher begrenzt und eingeengt haben. Und dieses Video, ja, kurze Info noch, das Video wird immer, egal wann du es hörst, wann du es gerade entdeckst und Lust hast mitzumachen, die Energie bleibt erhalten. Und es kann auch sein, dass du bei dem einen oder anderen Thema der Heil-Channelings den Impuls bekommst, das noch einmal zu machen. Dann vertraue dir, weil es gibt manchmal sehr tiefgehende Themen, wo die Seele dann das Ganze Schritt für Schritt abträgt, die alten Erfahrungen. Ja, und um dieses Thema, also beziehungsweise um dieses Heil-Channelings zum Thema Mangeldenken, hat die geistige Welt selber gebeten. Ich hatte so ein, zwei andere Themen als Idee und gestern Morgen war klar, nein, Mangeldenken. Denn es ist so, die geistige Welt sieht uns ja als das, was wir wirklich sind, die großen freien Lichtwesen. Und wir haben uns natürlich ein bisschen kleiner gemacht, unser Licht etwas verdunkelt, weil wir hier auf der Erde mitspielen wollten, weil wir erfahren wollten, wie ist das, ein Mensch zu sein, wie ist das, Glaubenssätze zu haben, Ängste zu haben, Sorgen zu haben, all diese menschlichen Erfahrungen. Und das haben wir wirklich zur Genüge in vielen Inkarnationen durcherlebt. Jetzt ist ja die Zeit der Veränderung. Und die Schwingung auf der Erde ist bereits höher geworden, steigt auch weiter. Und unsere Seelen möchten jetzt auch, dass wir selber Erfahrungen in höheren Schwingungen machen. Also Schwingungen oder Erfahrungen in niedrigeren Schwingungen ist zum Beispiel Mangel, ist Angst, ist Verzweiflung. Höhere Schwingungen sind Vertrauen, Mut, Dankbarkeit, Liebe, Freude. Und da möchte unsere Seele mit uns jetzt auch hin, dass wir das erleben. Und dazu ist es wichtig, dass wir diese alten Erfahrungen, die ja zum Teil über Generationen weitergegeben worden sind und in uns gespeichert sind, dass wir die verabschieden. Denn dieses Denken des Mangels, das ist eh fast eine menschliche Erfindung, weil Mangel in der Form, wie wir Menschen das kennen, kennt keine andere Spezies auf der Erde. Die Natur ist Hülle und Fülle. Eine Pflanze hat unendlich viele Samen. Es gibt so viele Flüsse, Seen, es gibt Land. Es gibt so viel in der Natur. Und wir Menschen haben es wirklich geschafft, aus fast allem ein Mangelthema zu machen. Natürlich kennen wir Mangel in materiellen Sachen, in finanziellen Sachen. Viele kennen auch das Gefühl Mangel an Liebe, Mangel an Selbstliebe. Mangel an Zeit, ich habe keine Zeit. Mangel an Wertschätzung und dieses Ich-bin-nicht-gut-genug ist ja auch eine Form von, ja, ich empfinde mich als mangelhaft. Und im Prinzip beruht auch die zum Teil sehr bekannte Eifersucht auf einer Mangelenergie. Einmal die Mangelenergie, da ist jemand, den muss ich für mich festhalten. Und zum anderen, ich bin nicht gut genug, er findet woanders was Besseres. Also, oder sie. Also, das gibt es ja in beiden Varianten. Das ist, dieses Mangeldenken ist teilweise uns gar nicht mehr bewusst, weil es schon so tief drin sitzt. Und Mangel ist, wie gesagt, eine niedrig schwingende Energie, verdunkelt unser Licht und macht das Leben auch nicht gerade freudig und leicht. Und deswegen ist es der geistigen Welt ein großer Wunsch, dass wir dieses Mangeldenken verabschieden. Denn es ist ja häufig wirklich nur ein Denken. Menschen in unserer westlichen Zivilisation, die glauben, dass sie einen großen finanziellen Mangel haben. Ja, es gibt Menschen, denen es finanziell schlecht geht. Und doch liegt es daran, womit vergleichen wir uns? Vergleichen wir uns mit denen, denen es besser geht? Oder vergleichen wir uns mit denen, die noch weniger haben? Und davon gibt es noch viel, viel mehr. Also, das Gefühl, in einem Mangel zu sein, egal in welchem Bereich, hat häufig ähnliche Ursachen, nämlich Bewertung. Wenn ich sage, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug, das ist eine Bewertung. Wer sagt denn, was genug ist? Das sind alte Glaubenssätze, teilweise in der Familie weitergegeben. Also, ganz viel ist wirklich Bewertung, Betrachtungsweise, Glaubenssatz und Denkmuster. Und all das und auch die ganzen alten Erfahrungen des Mangels wird die geistige Welt in dem kommenden Heil-Channeling für Dich transformieren. Und dann bist Du gefragt. Dann liegt es an Dir, wie Du weitergehst. Denn Du bist ein Schöpferwesen. Und die geistige Welt bittet Dich, dass Du dann Deinen Fokus, Deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was alles an Schönen in Deinem Leben ist. Das kann das Dach über dem Kopf sein, das Bett, in dem Du schläfst. Schon allein, dass Du wach wirst jeden Morgen, ist ein Geschenk. Das Geschenk des Lebens nämlich. Es ist so viel Fülle um uns herum. Wir haben normalerweise zu essen und zu trinken. Wir haben Freundschaften. Wir haben Freiheiten, gerade hier in unserem westlichen Welt, die Geschenke sind, die nicht selbstverständlich sind. Und genauso gut, die tolle gelbe Löwenzahnblüte am Straßenrand ist ein Geschenk. Sie ist Fülle pur. Denn gerade sie, die dann später diese vielen, vielen, vielen kleinen Schirmchen bekommt, verteilt sich und wird immer mehr. Wir haben so viel Fülle in unserem Leben. Das ist danach, nach dem Heil-Channeling, Deine Aufgabe, dass Du immer mehr schaust, welche Fülle schon in Deinem Leben ist. Das kann die Tasse Tee sein, das kann ein Gespräch mit Deiner Freundin sein, das kann ein Spaziergang im Wald sein, das können die Sonnenstrahlen sein und auch die Regentropfen. Und Du wirst merken, je mehr Du Dich auf die schon vorhandene Fülle ausrichtest, umso mehr ziehst Du an, an Fülle. Resonanz-Gesetz, ganz einfach. Also, die geistige Welt öffnet Dir die Türen und bittet Dich dann, mit einem bewussten Fokus weiterzugehen. Und jetzt starten wir mit dem Heil-Channeling. Das Heil-Channeling findet wieder statt in Deinem heiligen Herzraum. Bitte mache gerne mit, dann hat es wirklich die kraftvollste Wirkung. Dein heiliger Herzraum ist ein energetischer Raum in Deinem Herzen. Es ist Dein inneres Zuhause. Und in Deinem heiligen Herzraum bist Du immer willkommen. Und Du wirst immer geliebt, wenn Du hineingehst, egal was gerade ist und egal, wie Du gerade drauf bist. Und Du kommst ganz leicht hinein in Deinen heiligen Herzraum. Sieh vor Dir Dein körperliches Herz, diesen wunderbaren Muskel, wie er schlägt und Deinen Körper am Leben erhält. Und jetzt öffnet sich eine Tür in Deinem Herzen und Du gehst einfach hindurch. Und Du bist in Deinem heiligen Herzraum. Und Du spürst die angenehme Wärme. Und Du spürst die angenehme Wärme. Dein heiliger Herzraum kann unendlich groß werden. Und Du bist immer sicher darin. Für die Transformation bitten wir Dich jetzt, dass Du mit Deinen Worten laut oder leise die Inkarnationen aus Deiner Ahnenreihe oder vielleicht auch die Inkarnationen direkt Deiner Seele in Deinen heiligen Herzraum einlädst, die Inkarnationen, die mit dem Thema Mangel zu tun haben. Es gibt Inkarnationen, wo dieses Thema in Deinem Seelenumfeld das erste Mal als Energie erzeugt wurde, diese Inkarnation kommt. Und alle anderen, die dieses Thema dann immer mal wieder mehr oder weniger gelebt haben. Und vor allem kommen alle Inkarnationen, die dieses Thema an Dich weitergegeben haben. Denn Deine Seele hat sich ausgesucht, dieses Thema des Mangeldenkens in dieser Deiner Inkarnation jetzt zu transformieren. Deswegen hast Du das bis jetzt in Deinem Leben in verschiedenen Ebenen und Erfahrungen mitgemacht, erlebt, vielleicht auch darunter gelitten, damit Du jetzt das Bewusstsein hast, dass dieses Thema des Mangeldenkens jetzt in Heilung gegeben werden kann. Wir schauen nach. Ja, es sind jetzt alle Inkarnationen Deiner Ahnen oder Deiner Seele bei Dir in Deinem heiligen Herzraum, die mit diesem Thema des Mangeldenkens zu tun haben. Und für die Transformation reicht Ihr Euch jetzt die Hände mit den Innenflächen nach oben wie eine Schale. Das macht Ihr alle gemeinsam und alle Eure Hände bilden jetzt eine große, große Schale. Und in diese Schale legt Ihr jetzt alles hinein, was mit dem Thema Mangel und Mangeldenken zu tun hat. Deine Ahnen und Ahnen und Ahnen und Seeleninkarnationen legen alles hinein, was Sie jeweils erlebt haben, gedacht haben, an Gefühlen, an Erfahrungen, vielleicht auch das Gefühl von Ungerechtigkeit, was immer da auch ist. Sie legen alles in diese große Schale und Du legst all Deine Erfahrungen mit dem Thema Mangel auch in die Schale. Egal welcher Mangel, finanziell, wertmäßig, also dass Du Deinen Wert noch nicht erkannt hast, gedacht hast, Du wärst nicht gut genug, Du könntest zu wenig. Das Zeitthema, keine Zeit zu haben, nicht geliebt zu sein, auch zu wenig Selbstliebe, was immer Dir dazu einfällt. Oder das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, wenn Deine Eltern vielleicht viele Kinder hatten. Oder bei der Arbeit nicht gewertschätzt zu werden. Was immer dazu gehört, lege alles, alles, alles hinein. Jede Erinnerung, jedes Gefühl dazu, das kann Traurigkeit sein, das kann aber auch Ärger sein und auch mal Wut und Ungerechtigkeit, vielleicht auch Verzweiflung, Hilflosigkeit. Alles, was dazu gehört, lege alles, alles hinein. Und vor allen Dingen, falls Du so Sätze in Dir hast wie, ich bin auch nicht mehr wert. Ja, ja, passt schon für mich. Ich darf keine Ansprüche haben, ich muss ja zufrieden sein mit, was immer da in Dir hochkommt. Ich darf keine Ansprüche haben, ich muss ja zufrieden sein mit, was immer da in Dir hochkommt. Ich darf keine Ansprüche haben, ich muss ja zufrieden sein mit, was immer da in Dir hochkommt. Das ist gut so, denn das darf gleich alles gehen. Jetzt bitten wir Dich, dass Du Dich ganz bewusst mit Deinen Worten von all diesen Mangelerfahrungen und dem Mangeldenken und dem Mangelgefühlen und dem Mangelbewerten verabschiedest und dass Du all dem dankst. Denn all das waren Erfahrungen, die Deine Seele machen wollte. Und die Dich genau jetzt an diesen Punkt geführt haben, um darüber hinaus zu wachsen und frei davon zu werden. Verabschiede bitte alles mit Anerkennung für die Dienste, die Dir diese Erfahrungen geleistet haben und Dankbarkeit dafür, dass Du jetzt an diesem Punkt stehst durch diese Erfahrungen. Wir danken. Wir danken Dir dafür. Und jetzt beginnt die Transformation. Tief aus dem göttlichen Herzen von Mutter Gaia erhebt sich jetzt fließendes goldenes Licht, das aufsteigt, fließend, weich und kraftvoll und durch alle Erdschichten steigt. Und dieses goldene Licht kommt heraus, genau unter der großen, großen Schale Eurer Hände. Und dieses goldene Licht steigt auf bis unter diese Schale, es umfließt Eure Hände von allen, allen Seiten und fließt hinein und dieses goldene Licht von Mutter Gaia, hebt jetzt an, hebt ein wenig an all das, was Ihr in diese Schale gelegt habt. Und jetzt siehst und fühlst Du, wie von ganz, ganz, ganz weit oben, direkt aus der göttlichen Quelle, silbernfließendes Licht hinabsenkt sich, fließend, strahlend, funkelnd in Form einer Spirale, die immer größer wird, die so groß wird, dass sie sich auf Eure Hände legt, auf den Rand dieser Schale. Und nun fließt auch das silbern funkelnde Licht direkt aus der göttlichen Quelle von allen Seiten in die Schale Eurer Hände. Es verschmilzt mit dem goldenen Licht von Mutter Gaia und Elektrum entsteht. Und jetzt übernimmt das silberne, strahlende, funkelnde Licht der Quelle alles, absolut alles, was Ihr hineingelegt habt in die Schale. Und es ist auch alles dabei, was Ihr vielleicht vergessen habt. Denn all diese Energien, die jetzt da drin liegen, all diese Erfahrungen, freuen sich darauf, wieder zurückzukehren nach Hause und wieder zu Licht zu werden. Und so steigt jetzt all das, was Ihr hineingelegt habt in dieser silbern funkelnden Lichtspirale höher und höher, höher und höher. Es wird leichter, es wird lichter und jetzt wird es aufgenommen direkt von der göttlichen Quelle. Alles wird aufgenommen und alles ist wieder das, was es einst war, Licht des all einen Lichtes. Eure Schale ist leer, eure Hände sind frei. Und jetzt rieseln herab, direkt aus der göttlichen Quelle. Lichtherzen, Lichtherzen in Silbern, in Gold, in Rosa, in Grün und sie funkeln und strahlen. Sie sind leicht wie Schneeflocken und dabei ganz weich und angenehm warm. Und diese Lichtherzen legen sich jetzt auf Euch. Sie sind recht groß. Wie gesagt, funkeln, strahlen, zum Teil kristallin. Und Du siehst jetzt, dass diese Lichtherzen Geschenke mitgebracht haben. Geschenke direkt aus der göttlichen Quelle. Nämlich Energien. Hochschwingende Lichtenergien. Die sich jetzt, in die Du Dich jetzt hüllst wie in eine Decke. Und die, ja, sowas wie schmelzen und immer mehr mit Dir verschmelzen. Es sind die Energien des Bewusstseins der Fülle. Es sind die Energien des Bewusstseins, das immer liebevoll für Dich gesorgt ist. Das Bewusstsein, dass immer alles für Dich da ist. Was Du brauchst, was Dir gut tut, was Du Freude machst. Und dass immer zur rechten Zeit da ist. Es ist das Bewusstsein, dass Du ein Schöpferwesen bist. Und dass Du, je mehr Du die Fülle, in der Du bereits lebst und die bereits da ist, je mehr Du diese Fülle anerkennst und wertschätzt, umso mehr von dieser Fülle ziehst Du in Dein Leben. Es ist das Bewusstsein, dass Du es wert bist, in Fülle und Freiheit zu leben. Es ist das Bewusstsein, dass das Leben leicht sein kann, dass es Freude machen kann und dass Dir all das zusteht. Es ist das Bewusstsein, dass Du unendlich liebenswert bist, genauso wie Du bist. Und all diese Energien, all dieses Bewusstsein nimmt jetzt Raum in Dir. Es durchfließt Dich, es erfüllt Dich. Es erfüllt alle Deine Körper und verankert sich in allen Deinen Körpern. Es verankert sich in jeder Zelle Deines irdischen Körpers, in jedem Zellkern und in dem großen, freien Raum dazwischen. Und all dieses Bewusstsein verankert sich in dem Raum in Dir, der frei geworden ist durch all das, was Du abgegeben hast. Dieser freie Raum ist jetzt erfüllt von Deinem Bewusstsein der Fülle. Von Deinem Bewusstsein, dass Du Fülle und Reichtum auf allen Ebenen wert bist und von dieser Fülle bereits umgeben bist. Es eröffnet sich in Dir das Wahrnehmen all der Fülle in so vielen Details, die Dich bereits umgibt, die bereits für Dich da ist, an der Du Dich bereits erfreuen kannst und für die Du dankbar bist. Und auch mit dieser Dankbarkeit ziehst Du noch mehr Gründe für Dankbarkeit in Dein Leben. All diese Bewusstseinsenergien sind jetzt in Dir verankert und haben Dich auf eine neue Schwingungsfrequenz gebracht. Und wir bitten Dich jetzt darum, dass Du Dir mit Deinen Worten gerne laut die klare Absicht gibst, dass Du ab jetzt ausgerichtet bist auf die Fülle, auf den Reichtum und die Freiheit in Deinem Leben und dass Du diesen Weg gehst. Bitte sprich es mit Deinen Worten, Deiner Absicht, dass Du ab jetzt ausgerichtet bist auf die Fülle, die Freiheit und den Reichtum in Deinem Leben und gerne, wenn Du magst, auch auf die Liebe in Deinem Leben. Und wenn Du es dreimal sprichst, so erhöhst Du die Wirkung. Wir danken Dir, danke Dir, danke Dir,mals, bei euch. Und wenn Du es dreimal, nee, danke Dir, danke Dir, dafür, denn wisse, mit dieser Deiner neuen Schwingung erleichterst Du Dein Leben und trägst zum Wandel bei, auf Mutter Gaia. Und um diese Transformation jetzt komplett zu vollenden, bitten wir Dich darum, dass Du uns dreimal laut, bewusst und kraftvoll nachsprichst. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und bitte ebenfalls dreimal zu all den Inkarnationen in Deinem heiligen Herzraum und zu Dir. Ihr seid frei und ich bin frei. Ihr seid frei und ich bin frei. Ihr seid frei und ich bin frei. Und so ist es. Und jetzt bitten wir Dich, dass Du all die Inkarnationen liebevoll aus Deinem heiligen Herzraum verabschiedest. Und vielleicht nimmst Du wahr, dass sie anders gehen, als sie gekommen sind. Ich bin frei und ich bin frei und ich bin frei. Manche Verabschiedung ist sehr herzlich und sehr freudevoll. Wir erinnern Dich nochmal an unsere Bitte, dass Du ab jetzt Deine Aufmerksamkeit und Deinen Fokus auf die Fülle und die Freude in Deinem Leben richtest. Es mag sein, dass Dein Verstand aus alter Gewohnheit hin und wieder mit seinen alten Bewertungen und Gedanken ankommt. Er weiß es noch nicht anders. Er weiß es noch nicht anders. Und Du bringst ihm dann bei, dass auch er sich neu ausrichtet, denn das kann er, auf Deine Freude, Deine Fülle und all das, was Dir gut tut. Dein Verstand ist lernfähig, er wird es begreifen und Dich immer mehr an das Neue erinnern. Wir danken Dir und wir segnen Dich in Liebe. Bitte atme jetzt tief durch, ein und aus. Komme langsam wieder an im Hier und Jetzt. Recke und strecke Dich und öffne in Deinem Tempo Deine Augen. Ich wünsche Dir ein Leben in Fülle. Raja, ich bin. Hal kidsberg. Raja, ich bin. Wisstern? Verbesten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020